Willkommen zurück hier bei INGAME, wo sich Spiele wie zu Hause fühlen. Wir spielen immer noch Metal Gear Rising und sind, naja, wenn mein Controller sich mal anschließen würde, na komm, ja, jetzt sind wir drin, vor diesem Fahrstuhl, den wir netterweise geöffnet haben und hier reingehen werden. Ich denke mal, es wird eine Sequenz stattfinden, nachdem ich den Schalter betätigt habe. Ich war ja schon immer so in Metal Gear spielen, dass man im Aufzug dann nochmal den Knopf drücken musste. Ich muss sagen, für den größten PNC der Welt, ihre Sicherheitsproceduren sind ziemlich schäuert, ziemlich schäuert. Schade, ich habe nicht die notwendige Gelegenheit, um ihre Planen zu überprüfen. Insofern, die Daten, die ich gefunden habe, sollte sich bemerken, wichtig sein. Also bitte, fühle ich mich an, wenn du gerne möchtest. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Doktor nochmal irgendwann uns hintergehen wird. Ich höre den Heli, da ist er ja schon. Heli, schön, dann gehen wir hier weiter. Ja, ist hier irgendwo was? Ein Speicherchip? Nein! Ja, Moment, mir ist neu, dass ich runterfallen kann. Normalerweise hat mich immer ein unsichtbares Kraftfeld dafür beschützt, runterzufallen. Und jetzt, ohne irgendwas, ohne irgendeine Ankündigung, falle ich da runter. Ja, hallo? Ich, wie soll ich denn hier drauf laufen, wenn... Oh, toll, Gegner. Nein, nein. Ja, sorry. Er ist da einfach oben drüben. Ich wollte da oben schön warten, aber nein. Raiden ist natürlich der, die direkt da hinspringen... Oh. So, die Kiste mit dem KP öffnen. Ich wette, das wird nicht das einzige Mal sein, wo ich runterfalle. Aber ich finde schön, dass es mal jetzt realistisch ist mit dem Runterfallen. So, hier drüben sind jetzt die ganzen Gegner. Da hinten ist der Heli. Ich wollte mich hier warten und dann eben einmal kurz gucken. Hier sind ganz viele Gegner, ganz viele Gegner. Da ist eine Kiste. Ansonsten ist sonst noch irgendwas hier. Sorry, Leute, aber das fast, das blinkt so deutlich, da muss irgendwas sein. Achso, das ist ein Ölfass zum Einsammeln. Das kennen wir ja schon aus Metal Gear 4, ganz off the Patriots. Da hat Snake am Anfang auch einen Ölfass gehabt, was so ähnliche Funktionen hat wie die Kiste. Nur, dass man damit schöner... Oh, komm, wenn ich jetzt einen Geheimkill ausführen kann, dann tue ich das auch mal. Auch Blut. Okay. Das ist ein Data Chip. Ich sehe aber nichts blinken, was auf der Hand deutet, oder? Doch, der Flugtyp. Na, keine Enemy. Hier ist ein KP. Hier komm ich hoch. Was, komm ich hier nicht nochmal hoch? Hallo? Ich wollte hier eigentlich hoch. Schade, klappt nicht ganz. Ne, ich wollte hier jetzt die Kiste öffnen. Da ist noch eine Nanopaste. Nein, 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 nein. Das kann nicht sein. Reiden, was ist passiert? Du sollst stärker sein als das. Das heißt, ich muss hier selber aufpassen, dass ich nicht daneben springe. So wie jetzt. Ah, das ist gerade nochmal gut gegangen. Na, ich wollte dich heimlich eliminieren, aber das hat nicht funktioniert. Jedenfalls nicht so wie ich wollte. Komm schon. Hä? Ich sehe nicht. Ach, da unten ist er. Komm schon. Ich wollte da. Das Ding will ich haben. Danke. So, und du bist der Typ, der einen Arm zu viel hat, ne? Warte, warte. Da, der Arm. Nein, wo ist der Arm? Jetzt ist der Arm weg. Du Idiot. Ich wollte doch deinen Arm haben. Ich habe ihn auch schön sauber abgetrennt. Aber nein, das zählt ja mal wieder nicht. Ist doch alles nur noch Betrug. Moment, 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 Moment. Bevor ich hier auf die Dächer springe. Hier ist auch noch was. Hier unten war da noch was. Ja, da habe ich es. Leicht verwirren, das Ganze. Ist hier unten noch irgendwas? Irgendwie ein Speicherchip oder so? Eine Granate? Okay. Nichts Bedeutendes. Komm, spring hier hoch. Rein. Dann kann ich von hier aus erstmal die Satellitenschüssel kaputt machen. Falls ich kaputt bin. Hier drüben scheint nichts zu sein. Auf das Dach kann ich nicht springen. Ich schätze mal, ich muss hier rüber springen. Erstmal nochmal die Satellitenschüssel kaputt machen. Irgendwas besonderes. Gegner oder so. Ich sehe eine Kiste. Ich sehe mehrere Objekte. Und ja, einfach springen. Na, ich wollte eigentlich. Ach nö, ich komme da nicht durch. Das ist unfair. Dann springen wir einmal hier rüber. Sollte ja machbar sein. Na, erstmal die Kiste hier aufmachen. Schade, ich rechne eigentlich mit Speicherchips oder so. Sowas habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wow, das war gerade knapp. Ich wäre da fast runtergefallen. Ansonsten hier noch irgendwas. Ich sehe nichts großartiges. Gehen wir nochmal hier lang kurz. Aber hier ist... Doch, hier kann man runter. So, was gibt es hier? Ich kann hier auf die andere Seite des Dachs. Ah. Speicherchip? Nein, nur KP. Ach komm, ich habe hier wenigstens mit einem Speicherchip oder sowas gerechnet. Ach so, ist es glaube ich, wenn ich da runterfalle, dass ich dann hier nochmal anfangen kann. Oder so ähnlich. Bitte, was? Habe ich jetzt gerade irgendwas verpasst? Ja, keiner von euch hat eine Hand. Dann kann ich einfach... Na, ich wollte eigentlich... Geht das nicht? Scheint nicht zu gehen. Ey. Knallst du mich da gegen die Wand? Und das sind unbemannte Drohnen hier auch noch. Komm, geh weg. Ich will... Komm... Komm her, komm her. Ach so, das Ding war schon kaputt. Das wusste ich ja nicht. Das ist ja nicht mal ein cooler Angriff. Komm schon. Ich mach dich jetzt... Gehst du... Ja, du bist schon kaputt. Hinterlässt du mir irgendwas Feines? Scheint nicht so. Ja, dann... Ich bin immer noch im Alarm-Modus. Nein, jetzt nicht mehr. Komm, lass mich durch. Rang C. Das läuft hier super. Hallo. Danke. Wisst ihr, also durch ein... Vom Dach fallen kann ich. Aber wenn ich die Gegner besiegt habe, muss ich erst auf so eine Statistik warten, bis ich weiter kann. So, jetzt sind wir hier oben. Die... Die Gitter, die werden mich wahrscheinlich nicht richtig aufhalten. Und du bist der Gegner? Kennen wir dich nicht schon? Ne, du bist was ganz anderes. Wow. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Hat irgendjemand eine Hand? Nö. Dann kann ich dich ja auch... Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Geh weg. Hallo, ich wollte einen von euch angreifen. Nochmal aufhalten wollte ich dich. Gehören die Viecher zu dir? Kann ich die nicht besiegen, solange du dabei bist? Ach, Mann. Doch, jetzt geht's doch. Nein, geh weg. Ah, das hat weh. Der hat mir richtig was abgeschlagen. Ich weiß zwar nicht was, aber der hat mir was abgeschlagen. So, das meinte ich. Komm, ich will deine Pasta haben, dann bin ich wieder frisch aufgeladen. Dich da oben nehme ich mir auch noch eben zur Brust, dann kann ich mich ganz auf deinen Kollegen da verlassen. Zandazusan. Was auch immer das für ein Trophäe ist. Es ist gerade ungünstig, da nachzugucken. Und darum... Kommen wir abreden. Nein, du sollst abwehren. Oh, das ging gerade noch gut. Ah, ist jetzt noch ein zweiter dazu gekommen. Ich hätte die kleinen Viecher nicht kaputt machen müssen. Äh, dürfen. Wow. Ja, toll. Komm schon. Okay, das kann ich wohl nicht abwehren. Geh mal eben kurz weg, bitte. Wow, wow, wow. Boah, der wehrt aber auch ganz schön ab. 7,5% nur noch. So, was habe ich euch getan? Wow. Nein. Gut, dass ich noch eine Nanopasta hatte. Komm schon, Raiden. Ah, das wollte ich jetzt abwehren. Also, sobald sie leuchten, kann ich nicht mehr abwehren. Das steht schon mal fest. Definitiv. Boah. Abwehren klappt bei denen hier gerade sowieso irgendwie nicht so richtig. Komm schon, der hat nicht mehr viel. Sehe ich ihm an. Egal, Nanopaste schlucken. Das wird schon. Lässt du mich mal kurz in Ruhe mit deinem Kollegen? Oh. Komm schon, ich brauche deine Nanopaste. Danke. Einmal voll aufladen und jetzt kann ich mich rein um dich kümmern. Komisch, die erste Attacke wäre ich ab, aber die zweite, die klappt doch nicht. Oh. Oh, ja, die will ich, der will ich ausweichen, weil ich die nicht abwehren kann. Schon wieder nicht. Ich kann dieses, wenn er so leuchtet, kann ich nicht abwehren. Och. Du musst mich ja jetzt so eiskalt erwischen, oder? Raiden. Abwehren. Das ist gut. So, und das hat geholfen. Komm schon, er hat nicht mehr viel. Kann ich dich irgendwie runterschleudern? Das wäre doch mal ein Move. Ha, kurz bevor die auf den Boden fällt. Sehr schön. Ja, das ist nicht mein Kampf. Komm, B-Rang ist mindestens drin. Jawoll. Ey, ich wollte das eigentlich aufsammeln, was da auf dem Boden liegt. Ach, das waren... Bin ich da durchgehüpft durch das Feld? Eigentlich war ich... Egal. Nicht großartig. Mecker... Wartet mal. Bin ich da gerade an der Wand entlang? Nein, ich wollte gucken, ob ich an der Wand entlang... Wow, wow. Oh nein, ich habe gehofft, dass... Der Heli ist ein Freund, aber... Es scheint nicht so. Warte mal, hat einer von euch eine linke Hand? Das will ich vorher wissen, dann versuche ich es wenigstens nochmal. Warte, ich kümmere mich gleich um dich. Wir kümmern uns erstmal um den Heli. Wo ist der Heli? Da ist der Heli. Bleib doch mal hier. Kannst du mal aufhören, bitte? Ich habe da noch meine Stinger. Wo sind die Stinger-Rakete? Hier. Panzer. Nehmen wir die Panzerbüchse. Wow. Gehst du wohl weg? Ich will hier eben einmal kurz dein Heli abschießen. So, so war das. Kommst du wohl her? Wow, 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 wow. Ich wollte auf seine Raketen. Er hat... So. So, das funktioniert gerade noch so. Sehr schön gemacht. So, jetzt kannst du herkommen. Jetzt können wir beide gegeneinander kämpfen. Wahrscheinlich willst du nichts machen. Oh, ein Doppelschlag. Ja, das kann ich auch. Eben noch deine Nanopasta nehmen, bevor du hier abkratzt. Dann habe ich wenigstens was von dir. Als bleibende Erinnerung sozusagen. Auch Rang B. Mein Gott, was soll man für Rang A denn alles machen? Jetzt nicht runterfallen und hier rüberspringen. Aber... Ne, vorhin... Ich konnte gerade ganz kurz an der Wand entlang laufen. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, aber... Es ging kurz. Hier scheint es nicht zu gehen. Ey, wo bin ich überhaupt? Warte noch mal. Da hinten hat eine... Da hinten, dein Typ, der hat eine Hand. Weißt du das eigentlich? Und die will ich mir jetzt holen. Und du nervst... Der Typ nicht, der Typ nicht. Wer hat denn... Ach, der Typ. Der hier. Ach, der nervt mich jetzt aber auch, oder? So geht das, Freundchen. Komm schon. Irgendwann muss ich doch... Da, geht doch. Voll aufgeladen. Ne, warte. Dich will ich nicht. Dich will ich jetzt mal haben. So. Nein, ich wollte die Hand haben. Mal wieder nicht geklappt. Oh, das mit den Händen gebe ich wohl erstmal auf. Das werde ich beim zweiten Durchgang dann sehr wahrscheinlich in Angriff nehmen. Was ist hier ein Heli? Komm runter. Komm schon. Danke. So einfach geht das. Hier ist nichts besonderes. Ist hier... Oh, da ist was. Aber nur KP. Ich habe schon seit ewig keine Speicherchips mehr gefunden. Scheint als wenn die jetzt stärker... Du kannst nichts mehr über die Rooftops gehen. Es ist eine Freight-Railroad. Der Elevator hinterher wird dich zu. Oh. Ich habe nur eine Schiene. Nicht gleich alle. Hey, mach doch was. Oh. Das war geil. Ich hoffe nur, da war niemand im Dings. Das wäre die Rooft. Das wäre die Rooft. Das wäre so. Das wäre wahrscheinlich Teil der alten Systeme der Denver. Diese Stadt war ein größer Transport Hub in den ersten Jahren von Freight-Trainern. Diese bestimmte Länge erscheint zu haben, dass sie ein paar lange Zeit verabschiedet wurde. Es war originally gebaut, um zu transportieren, zu einer Untergrund-Faktorie. Aber jetzt, es scheint, dass sogar das Elektronische System nicht mehr funktionieren. Ja. Es ist hier im Dunkeln schwarzen. Als Cyborg vertraue ich, dass das nicht eine sehr wichtige Frage ist. Wenn es heißt, wir spielen Metal Gear Rising weiter. Bis dahin.